hallo ihr lieben heute ist mal wieder so ein ding wo ich extra betonen muss es sind meine staple pieces es ist meine meine denn ich weiß dass sich an dieser jacke viele geister scheiden für manche ist es der inbegriff des spießig seins und da kann ich nichts gegen tun das problem liegt ja bei euch für mich klassisches super 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 gutes symbol der britischen landmode die barber wachsjacke ja normalerweise so wenn man ich weiß dass viele leute sich irgendwie sagen will ich mir auch mal eine barber jacke kaufen und dann stehen sie da und wissen nicht welches modell sie sich denn holen könnten und es gibt eigentlich drei klassiker die drei bs das ist die beaufort das häufigst verkaufteste modell würde ich sagen und hat so einen ganz klassischen schnitt und mir fast so ein bisschen zu klassisch ich habe halt nicht so männliche super schultern deshalb hängt so ein bisschen wie so ein sack an mir runter dann gibt es die bidale das ist ein kürzeres modell und ehrlich gesagt sehe ich die bidale ist so zum kürzer damit man reiten kann es sind alle für die jagd gemacht zum reiten zum draußen rumrennen in der britischen pampa und die bidale sehe ich viel öfter an frauen rika hat eine bidale ich finde die bidale auch ganz schön aber mein modell das ich mir ausgesucht habe ist die bristol und die bristol die habe ich einmal in grün und einmal in blau die bristol ist ein müh moderner geschnitten was immer noch nichts heißt es ist echt keine tallierte jacke die ein jung und wahnsinnig street savvy aussehen lässt es ist aber eine jacke die ihr über einem anzug tragen könnt es ist irgendwas was sich wirklich wirklich ein staple pieces sich ganz 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 wertig anfühlt und ja unter dem aspekt den wir ständig versuchen rauszuheben weniger kaufen dafür dinge haben die auch nach 30 jahren noch richtig richtig gut aussehen ja dazu muss ich eine barberjacke mal in die kamera heben und ich weiß dass viele also zum beispiel nur mal so in der beschreibung dieser jacke steht glaube ich dass es eine es ist sowieso wasser abweisend ist ja klar es ist ja wachs aber eine atmungsaktive membran ist von dieser atmungsaktive membran merke ich ehrlich gesagt nicht so viel wenn man in dieser jacke schwitzt dann schwitzt man in dieser jacke da wird nichts nach draußen transportiert wie moderne wie nehmen wir sehen funktionsjacken ich würde mir ein fuß abhacken oder mir selber die 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 hand abkauen bevor ich eine scheiß funktionsjacke trage ja so viel dazu also weitere staple piece eine barberjacke und ihr könnt euch einen überblick im internet verschaffen gibt es noch die border und die ashby und aber die klassiker wären dann die beaufort die bidale und der fällt mir gar nicht ein aber ich glaube die bristol verkauft sich wirklich sehr 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 gut und hat ein paar mehr taschen und sieht eigentlich der beaufort extrem ähnlich ja aber ein bisschen moderner ihr lieben bis zum nächsten simple piece